Hallo hier Dark Saber mit dem Let's Play Dark Ocean Bar 2 Ja, beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass die Kontrollen vom Schiff nicht funktionieren und die wollen wir jetzt wieder in Gang bringen Dafür brauchen wir aber erstmal das richtige Material Oh Gott, jetzt habe ich gleich mal schon auf die richtige Waffe gescheitert Nein, 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 oh Gott So, jetzt, oh Gott, so, jetzt wieder Nummer 2 Nummer 1 Oh shit, 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 jetzt hat mich das andere auch schon Komm Komm So, jetzt muss ich die nur noch anfackeln, oder was das? Ich glaube gar nicht, wie abgerät, ne, nervt ich ein bisschen von der Stelle bin Na, nein, verbrennst du jetzt auch irgendein zweimal? Ah, Mist, weh So Jetzt haben wir wieder Nummer 2 drunter Ja So, ich werde schon mal mir Leben gönnen Ich habe es jetzt vom letzten Mal einfach liegen gelassen So, ja, jetzt suchen wir natürlich das richtige Material zusammen Was war natürlich braun um die ganzen Ja, ach ja, ich habe ja noch nicht gesagt, warum wir die Kontrollen anmachen wollen Äh, die brauchen wir, damit wir das Licht bei den Pool anschalten können So, jetzt haben wir verwendet, dass wir den Alarm eingeschaltet Super, ne? Und Komm, du auch noch Und Oh, das ist gut Also, ihr schafft es, jetzt dürfen sie verbrennen Elendlich Gut, das ist geschafft Jetzt machen wir noch das hier Ja Haben wir alles Und jetzt werden wir glücklicherweise an der kürzlichen Stelle gleich transferiert Wurden gespawnt So, da Da haben wir nochmal zwei Kisten Da hinten sieht man noch eine Das ist gut Ja Äh Den lassen wir, wie er ist Denn der macht uns sowieso keinen Ärger Und jetzt Let's go Schalten wir es an System shutting down Ja Ja Ja, da haben wir noch ein paar von diesen Fächern Oh Oh Ah 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 Ah, super Ja, ich kenne auch richtig Aber Nein Jetzt Oh, ich hasse es Okay Was soll ich so einzeln machen? Und? Und Und dann geht natürlich alles wieder an Ich hätte die Musik leider erstellen müssen Fert mir gerade wieder ein Aber unten haben wir nochmal ein Medi-Pack Das ist ja nicht jetzt so das Problem Erster brennen sie alle Durch die schöne Licht Wir sind erfolgreich So, das decken wir uns jetzt auch nochmal So, ein Mist Auch wieder auf das andere zurück Heute habe ich irgendwie der Talent mich hier überall daneben zu manövrieren Nicht so schlimm Denn wir nehmen uns jetzt einfach Das da Ah Und den dann müssen wir nochmal losfahren Okay Oh, super Okay, wieder auf Nummer 2 Nehmen wir das auf Und damit haben wir wieder Ah Fast die Hälfte Goat So, dann kommt jetzt hier noch so ein Mistvieh Oh Gott Das Problematisch ist Man kann immer nur ein bisschen zurücklaufen Oder rennen Ich hoffe man hört mich überhaupt bei der ganzen Musik Egal Aber jetzt haben wir wieder über die Hälfte Sehr schön Und Ja Jetzt wollen wir nur schnell zum Casino Aber Ihr seht's Und das wird auch beschrieben Ja Ab ins Casino Ab ins Casino Kommen Ja Kommen 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 So. Also jetzt schleichen die Devise, machen wir mal auch gleich, aber vorher nehmen wir das hier auf, und wir fahren nochmal nach, okay, ach super, aber es wird, wir werden bestimmt hier gleich wieder gespawnt, sehr schön, okay, also müssen wir auf die Taktik herde, gehen, dann sind wir durch, vorher sehen wir mich, sieht nicht so aus, gut, 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 naja, wenn ihr euch wundert, warum weiß er, dass, äh, wenn ihr euch wundert, warum weiß er schon, dass alles, ja, ähm, dürft ihr, oh, Ich, äh, habe schonmal alles nochmal so richtig durchgespielt, das ist voll, das ist gut, und, ja, naja, weiß ich, das ist nicht mehr viel, also, mach ich jetzt hier, denke ich mal, auch mal schnell durch, so, auf der anderen Seite gehen wir nochmal, Munition, überdrängend brauchen, mehr, wahrscheinlich, whatever, Und, äh, ja, 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 habt's ja gelesen, wir wollen das aus dem Hangraum nehmen, damit die da unten endlich schön down sind, aber natürlich ist es wieder schwieriger als ursprünglich gedacht, äh, das Schiff ist wahrscheinlich sowas von hin, dass es ein Wunder ist, dass wir nur noch nicht, äh, rausgesprungen sind, nein, so, 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 und jetzt, bäm, lasst mal was krachen, ich weiß nicht, ob man hier den Sound hört, denn ich selber höre es nicht, das ist dann erst später in der Aufnahme zu hören, also, wenn's gerendert wurde. So, den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, gut, schon. So, wir sind bei durch. Jut, die Peine haben wir erledigt, jetzt brauchen wir nur noch die Kart und dann hauen wir ganz schnall hier Trost da ab. Oh, oh, natürlich, das war ja klar, so vom letzten Drücker. Ich hab auch nicht die richtige Waffe aus, äh, nein, nein, so, und, nochmal. Oh, Schnauze. Ich hab auch nicht mehr, du kannst mich nicht mehr, sondern ich schnauze, hör, wir ihn am zuh, nicht mehr. Ich habe dich, aber nicht mehr. Mann! Oh, komm schon! Komm! Lauf! 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 Oh, dass sie das dann immer wieder anscheitert, das ist nervig! Und wie viel Leben hab ich noch? Ein Viertel, super! Nur damit ich nochmal das hier gönnen. Oh, hab ich wieder hilft, das ist so gut. Oh, Mann! Mann, oh Mann, oh Mann! Ja, ihr habt ja hört, das hat schon geklingelt, aber das ist jetzt wirklich nur so extrem wenig. Da werd ich drauf scheißen. Da werd ich jetzt den Rest jetzt noch machen. Dann ist das geklärt. So, ja, Casino war geschafft. Keycard haben wir. Um durch den Exit etc. zu kommen. Und raus hier. So, das ist der letzte Laber-Balken. Wollt ihr schon mal. Oh, jetzt stellen wir gleich ein Problem fest. Gut. Licht ist nicht so das Problem. Nein, das kommt nämlich das nächste. So. Hier ist überall dieser ganze Gas. Da kann man natürlich nichts Feuermäßiges benutzen. Also heißt es durchrennen und hoffen. Oh. Ich hasse es, wenn sie in ganz bestimmten Simulationen sind, dass sie dann nicht getroffen werden können. Ich renne einfach durch. Das ist das Beste, was ich machen kann. Oh Gott. Ich hab mich aber ganz schön schlecht manövriert. Ach ja. Die Musik find ich jetzt relativ lustig irgendwie. Oh Gott. Geht der da langsamer? Ist auch nicht so schön. Oh. Da. Das Exit. Ich wusste noch nicht, dass meine Geschichte angefangen hat. Tja. Das war's. Ja, das war's mit dem Projekt Dark Ocean. Es ist jetzt vielleicht fünf Minuten mehr oder so, was weiß ich. Aber. Ja. Auch das Projekt ist erledigt. Aber weil ich dann jetzt in nächster Zeit so, mal das nächste Mini-Projekt angehen, dann werde ich dann jetzt in nächster Zeit so, mal das nächste Mini-Projekt angehen. Natürlich werde ich vorher nochmal rinwinzen, um zu sehen, ja, wie weit geht's denn nun? Äh, ich werde nochmal, denke ich, sag ich schon mal voraus, Slender versuchen. Wenn nicht das, dann werde ich dann in nächster Zeit gleich das nächste ansetzen. Mal sehen. Aber ja, äh, bis dahin. Vielleicht erstmal das hier rendern, fertig machen, hochladen. Und, ja, euer Dark Saver, bis zum nächsten Projekt.